Soja-Mickhafen. Hey! Morgen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Geht? Du? Hervorragend. Also, wie ein Stein. Na? Haben Sie sich gestern Nacht noch an was erinnert? Ist schon seltsam, dass da irgendwie so gar nicht zu helfen scheint. Und wo er doch so viele Reize abkriegt. Was los ist? Du mischst dich in alles ein. Ah ja. Meinst du die Art von Hilfe, wenn du Max mitten in Wiesenried in aller Öffentlichkeit zusammenfalt? Vielleicht will ich das ja gar nicht. Man sich.